Let's play Minecraft und ein frohes Weihnachtsfest wünsche ich euch und weil wir jetzt da Weihnachten haben, habe ich auch eine Idee spontan bekommen, was wir hier aus diesem Turm machen können. Und zwar habe ich gedacht, ich mache daraus irgendwie einen Weihnachtsbaum. Ups, jetzt ist da hier auch noch irgendwo ein Zombie. So, damit wir hier einen Weihnachtsbaum raus machen, müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen das Holz abstutzen. Das heißt, äh, beziehungsweise, äh, erstmal gucken, ob ich, ne, Axt habe ich keine, das heißt, ich brauche erstmal eine Axt. So, äh, Axt habe ich hier auch keine mehr, das heißt, ab zum Werkzeug. So, und dann machen wir uns noch eine Schere, wenn wir gerade dabei sind, weil ich will ja nachher auch den Weihnachtsbaum grün haben und dafür nehme ich dann hier einfach die Lianen, die hier überall sind. Ähm, ja, ich weiß nicht genau, ob ich das, den Weihnachtsbaum fertig bekomme. Irgendwann werde ich den Weihnachtsbaum, äh, werde ich das ja auch wieder zurecht machen, zu einer Plattform, aber jetzt erstmal, jetzt habe ich dann, jetzt habe ich die Axt nicht gemacht. Oder? Doch, die habe ich, hä hä hä, da ist sie. So. Ähm, dafür brauche ich Lianen und ich will ja auch ein bisschen Weiß haben, dafür brauche ich, äh, Wolle von den Schafen und deshalb brauche ich eine Schere. So. Wah! Das war nicht so clever. Äh, abbrechen. Genau, das schon. So, wieder meine Axt rein. So. Das war nicht so clever. Und jetzt habe ich da drei Reihen, das heißt drei Reihen auch von hier weg, eins, zwei, drei, die beiden weg. Das war nicht so clever. Das war nicht so clever. Ich schneide mal alles einsammeln. Und wieder nach oben. So, und jetzt noch eins, zwei, drei, vier. Die Reihe noch weg. Ich habe keine Ahnung, ob das was wird. Das war jetzt nur so eine Überlegung, die ich hatte. Eins, zwei, drei, vier. Die Reihe weg. So, nach unten, alles einsammeln. Da ist noch einer runtergekommen. So, und jetzt brauchen wir so Tannenärmchen. So war zumindest der Plan. Dafür brauche ich die hier. Nein, nicht genau dahin, wo ich haben wollte. So. 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 Jetzt müssen wir da auf die andere Seite auch rüber. Das heißt, ich muss da einen kleinen Steg drum herum bauen. Das war falsch. So. 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 Wie weit haben wir den da rausgeschoben? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, da ist noch 2 Ach Gott Es ist gefährlich, was ich da vorhabe Sechs noch ein So Jetzt brauche ich erstmal neues Holz So 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 Und ich gehe mal sicherheitshalber schlafen So So Wieder raus Und weiteres Holz sammeln So Jetzt fehlt schon wieder die Axt So 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 Noch ein paar Da haben wir noch ein paar So 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 Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen wieder Holz haben So Daraus machen wir jetzt Haben wir noch ein bisschen Daraus machen wir wieder Stämme und so